Jo und herzlich willkommen zu Rocket League Spezialevent, hier sind wir beim Gruselspaß, Spezialevent, neue elementierte Gegenstände und Kisten, feiere aber die gruselige Jahreszeit und sammle am Ende des Online Matchers Candy Corn. Löse deine Süßigkeiten dann gegen spezielle Halloween Belohnungen ein, du kannst auch neue zufällig auftauchende Eventkisten voll exklusive Inhalte sammeln. Freigestellte Kisten können auch gekauft werden. Geil, so eine Vogelscheuch oder so. Boah, ich hab da mega Bock drauf. Wir müssen jetzt spielen. Ähm, spielen! Andere Seite! Oh, ich würde jetzt so gerne eine richtig geile Kiste da drin finden. Oh, irgendwas cooles drin ist, was wir zeigen. Lass uns direkt mal ein Spiel machen. Toll, scheiße, dass ich jetzt nur zwei Folge habe. Jetzt hab ich mich Bock drauf, mehr freizuschalten. Jetzt geht's los. Ich! Oh, wer cool wie geil. Nur gegen PS4, heuteillte課 Six. Schade, dass er nicht so ein riesiger Kürbis als Ball wäre. Ich glaube, das hätte ich noch mehr jetzt gefeiert. Ich dachte aber, hier gibt es auch so ein Kürbis oder sowas. Aber vielleicht weniger so in den Kissen. Das ist meiner. Jawoll! 1-0! 2-0! 2-0! 1-0! 3-0! 2-0! 2-0! 2-0! und ich habe nur meine Hand. Bleibt dabei leider. Zauber! Mit einem Auge suche ich ihm, ob hier grad so eine Kiste rumsteht. Und dann ist er abgeraht. Nein! 1-1. Wenn der auf Kabel ist, dann gehe ich bitte ab zum Spiel. Ich will jetzt mal hier gewinnen. Joa! Kann ich mal mehr, aber nicht. Wie bei Fiefer hat man jetzt nie was dazu? Boah, das sieht so geil aus hier. Ich feiere das voll. Ich gucke alles hier raus. So wie so ein Aquario. Der App ist geil, der steht immer noch da oben. Nee! Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, was hier stand. Da werden wir aber keine Punkte haben. Wenn wir auch keine Punkte kriegen! Nee! Nein! Wir sind noch einer weniger. Zwei weniger. Bei der Scheiße. Ich kann nicht spielen. Wetterfahm. Wetterfahm. Ich will zu einer Kiste rein. Pfff! Ich muss keine Ahnung. Oh! Hey, das war ein Verfreibungsschlag, ja. Geil! Der ist drin, der ist drin, der ist drin! Der ist drin, der ist drin! Der ist doch nicht drin! Oh, der rochen da gerade. Wie geil ist da der denn? Boah! Weg da, jetzt komme ich! Nee! Das gibt's doch nicht! Boah! Weg mit dem Ball! Geil! Ich kann hier nicht! Nein! Wir alle jetzt nubleinander geklatscht sind! Geil. Nee! Jetzt kannst du k Faraday! Parade! Geil. Aber auf unserem Punkt. Kiste habe ich immer noch nicht gesehen und ich habe einen einzigen im Spiel noch. Geil. Nein! Da blockt er mich noch. Das würde mich gemacht. Ich glaube, das wäre es toll gewesen. Scheiße. Ne! Alle treten am Ball vorbei. Shit. Sorry, das war meine. Der ist gut! Der ist gut! Nein! Knapp verfehlen. Ich habe mir noch keine Kiste gesehen. Generell noch keine. Yeah, Mann! Starke aufgerät. Selbst mit 30 Erkundschaft freigeschaltet. Angeber. Geil. Tor im Rückwärtsgang. Geil. Ja. Ich habe auch eine Kiste jetzt. Nicht so, wie ich wollte. Ja, nein. Schöner Pass. Geil. Die müssen wir noch mit. Der ist aber hier. Zählt nur nicht mal als Befreiungsschule. Schade. Aber wir haben ja Punkte. Ja. Also, wir sind nicht ganz so kackig. Wir sind unser Tor auch immer. Ich bin ganz zufrieden. Nein! Wir verlieren trotzdem das Spiel. Das gibt's doch nicht. Shit. Der ist halt mit da ran. Der weiß halt, wie es geht. Der weiß, wo der Hase war. Aber ich gucke jetzt an der Kiste. Ich finde keinen. Was? Ich fliege nur diesen Satz. Ne. Wie du? Was macht ihr da? 20 Sekunden Ball muss nach vorne. Egal wie. Nein! Was? Fuck. Los! Wir haben 6 Candy Corns. Neues Rad. Und... Wir waren sogar die Besten. Geil! Ich glaube, ich war noch nie Bester im Team. Einspiel mal nochmal in dieser Folge. Dann gehen wir in die nächste Folge. Und ich will schon zwei Folgen auch gerne machen. Und dann kann ich leider schon wieder... sich weiter aufnehmen. wenn der Besuch kommt. Weil dann der Besuch kommt. Geht's heute Abend weiter. Auf jeden Fall ich mir noch ein, zwei Runden spielen. Und die Journey fertig machen. Und die Journey fertig machen. Ich war nicht in der ersten Fall. Aber einen Mittelfeldpass krieg ich. Nein! Jetzt bin ich unklammisch. Ich habe keine Kiste im letzten Spiel gesehen. Das ärgert mich! Nein! Ich bin unklammisch. Nein! Boah! Nein! Dann habe ich mich geflogen. Nein! Jetzt oder nie, jetzt oder nie, alles gut nicht, der ist so gut, der will ich nicht, der ist mir, glaube ich, mein eigenes Teamkamerad, der steht im Leben, der will nicht, der will nicht, den will nicht, der will nicht, der will nicht, Boah! Ein bisschen bei der rechten das Ding war drinnen gewesen. Nee! Oh Gott, ich hab aufgenommen, jetzt kann nichts mehr passieren. Was? Shit. Jetzt kann ich noch mal rein stürmen. Ich müsste so eine Mega-Explosion geben. Nee, der ist gefährlich. Der ist saugefährlich. Das waren keine Befreien geschlagen, der zählt nicht. Meine Hand ist... Meine Hand ist verreckt. Boah! Nein! Ja, Mann! Shit, was ist denn hier? Ja! 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 Zwei Minuten... Wenn ich mich so stürmeln... Näh! Jetzt aber... Jetzt aber auf! Jetzt aber nie! Nein! Nein! 1-1, Gott. Und ich springe da am Ball vorbei. Ah, ein Ding vorbei. Ich bin hier wohl. Alter. Ich glaube, die hätten mich zerrissen, wie wir jetzt. Verkacken sind. Der ist gut. Der ist gut. Scheiße. Das zählt nur nicht mehr. Doch, das zählt. Was ein Kampf jetzt hier. 40 Sekunden. Jetzt geht es um alles. Ich habe noch keine Kiste gesehen. Nein, der blockt mich weg. Shit, shit, shit. Nein! Ich bin hier. Das war wirklich eine scheiß Parade. Ich glaube, der Ball wieder nicht. Boah, er ist ein Ding. Ich glaube, das ist geil. Ich habe uns eigentliche logischen. Jetzt war er. Trotzdem, wir laufen nicht auf sie. Jetzt sind wir natürlich unter der hübschen Hübschiss. Wir haben 101 von uns. Jetzt hoffe ich. Ja genau. Das war's für diesen Fall. Im nächsten Fall gucken wir, ob wir uns schon was holen können. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.